Willkommen meine lieben Freunde zu einem weiteren Part der News von Wild Brothers DS vs. Was hat Parsi gerade gesagt? Ich hab keine Ahnung. Mach ihn nicht, Roba Fett, sag. Okay! Auf 3, 2, 1... Ne, du musst den Timer machen. Ich mach den Timer 3, 2, 1, go! Okay, dann wird jetzt hier wieder zerstört, der gute Hine Parsi Farni, er ist in Welt 4, ich bin in Welt 4, aber ich bin in Welt 6 weiter. So, ich bin jetzt, äh... Noch mal in dem Level von gerade, weil ich gesehen habe, hier kann man sich einen Secret Exit holen. Und die will ich noch gleich mitnehmen. Ich bin hier in dem Welt 4, 1 Level nochmal, weil ich kurz nochmal die zweite Sternmütze holen muss. 4, 1? Ja. 4, 1? 4, 1, ja. Du machst 4, 1? Hä? Ich hab doch gesagt, dass ich in Welt 6 bis zum Turm gekommen bin und danach die Welt 4 nochmal freigeschaltet habe, am Ende des Parts. Ja, aber warum willst du jetzt Welt 4 machen? Ich wollte nur Welt 4, 1 machen, weil das easy ging, aber ich wollte jetzt hier nochmal die Sternmütze dafür holen. Also ich hab verstanden, dass du es freigeschaltet hast, aber ich hab jetzt nicht ganz mitbekommen, dass du das Level gemacht hast. Also ich bin, ich bin im letzten Part noch in Welt 4, 1 gegangen, weil ich mir dachte, okay... Ach so, das hab ich gar nicht mitbekommen. Das schaffe ich halt wahrscheinlich noch, das Level in der Zeit. Hm, das Level ist auch ziemlich hart. Und... Richtig, aber ich hab die eine Sternmütze leider verhauen, dann war ich ein bisschen unter Stress und dies und das. Ach so, okay. Wie gesagt, ich hab grad nicht mitbekommen, dass du in Welt 4, 1 gegangen bist, tatsächlich. Jetzt weißt du's. Ja, nice. Ja, danke. Schon schon, danke. Danke, danke. Danke, danke. Ja, ist okay. Ja. Ja. Lass uns so stehen. Was soll... Nein, nein, nein. Geh zurück. Nein, ich bekomme... Ich hasse das. Der springt so komisch nach vorne, wenn du auf dieser Nessie bist. Ja, ich bekomm's nie hin, die zweite Sternmütze mir zu holen in diesem Level, obwohl's eigentlich easy sein sollte. Nee, das ist einfach. Ja, es ist easy, ich weiß. Ist okay. Nein. Du hast es nicht verstanden. Es ist sehr einfach. Ja, es tut mir leid. Du verstehst nicht, Present. Es ist sehr... Ach, wirklich? Danke. Danke für die Info. Komplett. Immer wieder gern, dafür bin ich da. Es war auch einfach. Ich hab's so... Falsch... Äh... Ich hab's jetzt auch nebenbei. Hm? Was ist hier? Nee, es war nicht mal hier. Gibt's nicht sogar noch ein zweites Nessie-Level? Äh, ist keine Ahnung. Ich hoffe nicht. Ich hasse die. Was? Ich mag die. Ich find Nessie cool. Nicht, also... Es stört total darauf zu... Wie gesagt, du siehst gleich, wenn du springst... Ja, wirst du sehen, falls es dir passiert, falls nicht, dann sag ich's dir nochmal. Ja, ich bin schon fertig mit der Nessie-Sache. Ja? Ich geh jetzt grad zum Ende. Wenn ich versucht habe zu springen, bin ich plötzlich nach vorne gesprungen und dann bin ich einfach immer in die Säure gefallen. Ja, das ist normal. Wenn man das einmal verstanden hat, dann ist es einfach. Es fackt mich aber richtig ab, okay? Okay, tut mir leid. Nein! So, ich hab jetzt Welt 4 1 fertig, geh jetzt wieder zur Welt 6, oder? Nee, das ergibt eigentlich keinen Sinn, weil dann verliere ich eigentlich nur Zeit. Ich mach jetzt einfach Welt 4 2 weiter. Okay. Ich mach jetzt grad Welt 4 Turm. Okay, mach das. Wie viele Level gibt's da vor, vor Welt 4 Turm? Äh, ich glaub drei. Ja doch, drei. Also Welt 4 1, 4 2 und 4 3. Ja. Okay, da sind diese Pilze, von denen du letztens gesprochen hast. Ja, die war... Also ich musste ganz kurz... Also ich war ganz kurz ein bisschen... Perplex. Ja, ich wollte Perplex nicht sagen. Aber solche... Solche Pilze hatten wir aber schon mal. Ja, aber mich war plötzlich verwundert, weil... Die haben lange nicht mehr gespielt. Das ist ja okay. Ich war plötzlich verwundert, so von wegen, hä, was ist los? Aber dann ging's eigentlich. Ich war nur beim ersten Mal verwundert. Ja, ist ja alles gut. Brauchst du jetzt nicht zu rechtfertigen, Parsi, bitte beruhig dich, Mann. Muss ich von niemandem. Bitte beruhig dich mal. Okay, nein. Okay. Alter, das Level ist ja richtig einfach. Ja, ist es auch. Ich hab ja nie gesagt, dass es schwer ist. Ja, ist... Hab ich auch nicht gesagt, dass du es gesagt hast. Ich wusste auch nicht, dass es so einfach ist. Welt 4... Welt 4 ist generell so cool, Mann. Ja, Welt 4 ist tatsächlich ziemlich easy. Ich mach das hier eigentlich grad ganz gerne. Ja, ich hab grad auch hier Spaß. Hä, du hast die erste Stellen, meinst du verpasst? Welt 5 war dumm. Da hatte ich keinen Spaß mit. Da hatte ich auch keinen Spaß mit. Das war einfach nur... Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Oh nein, bitte nicht. Mit, äh... Mit der Pflanze gemacht. Ich bin gestorben. Ich glaube, ich töte mich. Ich hab dasselbe mit der Pflanze gemacht, wie du das gemacht hast. Ja, ne? Das... Ich hab da erst nicht dran gedacht. Ich weiß auch nicht warum. Ja, ich hab auch nicht dran gedacht. Eigentlich ist es intelligent. Es ist sehr offensichtlich eigentlich. Es ist sehr offensichtlich. Aber ich hab irgendwie nicht dran gedacht. Ich weiß nicht, wieso. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht. Aber es ist kein Problem. Da kommt man schnell wieder hin. Nee. Ja, es ist... Wie gesagt, ich hab das Level kurz dann nochmal gemacht. Ja, ja. Ich hab mich jetzt einfach sterben lassen. Ja, so geht's auch. Weil dadurch brauchen wir nicht so viel Zeit. Oh. Oh. Hätte ich vielleicht auch mal... Nein, 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 da ist die andere. Oh. Scheiße. Ich glaub ich bin tot, oder? Bin ich tot? Ja, ich bin tot. Ah, die Scheiße, dass ich hier die Halbzeitfahne geholt hab. Ist eigentlich ziemlich scheiße. Ja, weil... Ich hab leider die erste Starcoin verpasst in dem Turm. Ja. Und... Ja, ja. Ich hätte aber das Level nochmal neu starten können, um die zu holen. Aber hast du nicht gemacht? Nein, hab... Nein, weil ich zur Halbzeitfahne gekommen bin. Ah, okay. So, dann bin ich jetzt gerade hier in Welt 4 2. Die dritte Sternwünsche gleich am holen. Und danach habe ich das und dann gehe ich... Ja, Alter, es ist einfach super easy. Wieso bin ich so... Ja, Welt 4 macht richtig Spaß. Ich spiele das eigentlich ganz gerne. Wie, wie kann das sein? Ein Mario-Spiel mal Spaß bringen? Was ist da los? Mario-Spiel machen keinen Spaß. Das ist das rechte Lüge. Richtig. Man hasst einfach alles an diesem Spielen. Mhm. Wir machen es nur fürs Geld. Ja, genau. Nur deswegen. Und für den Style. Und für den Style. Und für den Style. Weil wir danach richtig cool sind. Oh shit. Easy Welt 4 2 geschafft mit ein, drei Sternmünzen. Und jetzt kommt gleich Welt 4 3. Und danach der Turm. Und dann wird quasi nochmal eingeholt. Und danach haben wir Welt 6 fertig. Ist egal. Ich muss aber nochmal in den Turm reingehen wegen der ersten Sternmünze. Aber der ist ziemlich einfach, der Turm. Nächste, ich hole dich jetzt ein. Obwohl ich sogar in Welt 6 weiter bin. Komm, das wäre richtig... Naja, aber hast du Secret Ex... Warte, holst du jetzt den Secret Exit? Ich bin jetzt gerade in Welt 4 2. Gibt es da einen Secret Exit? Nein, in Welt 4 1 gibt es einen Secret Exit. Was? Ach ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, stimmt. Ja, ja. Dann kann ich mich nicht erinnern. Aber ich glaube, ich werde ihn nicht direkt finden. Deswegen lasse ich es einfach. Aber ich kann mich glaube ich daran erinnern. Oh nein, Welt 4 2 scrolling. Jetzt weiß ich, was du meinst. Ja, ich hasse scrolling. Bist du gestorben? Äh... Ich glaube einmal, ja. Okay. Ach, das ist der... Mit dem... Al... Kanu und so. Hab's doch gesagt, Alkanu. Ja, ist ja, ist gut. Ich... Kann mich nicht an alles erinnern, man. Mann, ich wünsch dir echt... Zaplaren Shiny wäre rot. Ja, das wäre nice. Meins heißt ja Alkanu. Ja, also... Meins heißt auch so, aber... Ja, echt? Wusste ich gar nicht. Ja. Manchmal habe ich sogar gute Namen. Salz und Mond habe ich sogar... Also sind meine Namen besser. Ich habe wirklich viel Zeit in einige Namen investiert. So ein bisschen... Aber es ist... Viel Zeit rein investiert. Ich kann sagen, was heißt denn das jetzt? Ich habe richtig viel Zeit rein investiert, um Namen herauszufinden. Dann habe ich noch ein bisschen Recherche bei manchen Namen betrieben und so weiter. Wollte halt coole Namen machen. Und natürlich ist es mir nicht bei jedem gelungen. Ich habe immer noch einige schlechte Namen. Das ist mir bewusst. Das muss mir jetzt keiner vor die Nase halten. Aber... Ich habe zum Beispiel ein... Ähm... Hier... Wie heißt das? Ein Snobilikat. Was Afshar heißt. Was? Sagt dir das irgendwas? Afshar? Ach... Ach... Äh... Und zwar... Dachte ich es mal... Okay... Persian Carvids... Das war Standard und so weiter. Das wäre echt ein schlechter Name. Das wäre echt ein schlechter Name. Das wäre echt... Ich wollte auf die Schlelle halt einfach einen Namen haben. Und dann habe ich halt ein bisschen geschaut. Okay... Persischer Teppich und so weiter. Ein bisschen recherchiert. Dann gibt es halt verschiedene Namen und so weiter. Und am Ende bin ich auf Afshar gekommen. Das fand ich eigentlich ganz cool. Und deswegen Persischer Teppich namens Afshar. Oh, das ist eigentlich gar nicht so kacke. Richtig. Also ich nenne halt... Ich nenne halt viele meine Pokémon einfach nach Charakteren oder ähnliches, die einfach passen. Ich weiß jetzt nicht, ob das gute Namen sind. Ich habe halt meistens... Also... Ja doch, ich... Das kann ich halt verstehen. Das ist nicht schlecht. Aber ich habe halt meistens keine Ahnung, was das angeht. Weil ich wenig Anime zum Beispiel schaue oder irgendwelche Spiele. Ich spiele... Wenige Spiele. Deswegen kann ich halt nicht viele Charakterennamen. Also Namen von Charaktere wissen. Charakteren. Und ich habe irgendwas verpasst. Und ich habe mir schon fast gedacht, aber passt schon. Also wie gesagt, ich weiß halt nicht, ob das gute Namen ausmacht. Ich denke... Ich weiß nicht. Kreativität macht halt gute Namen aus, aber... Ja. Ich nenne halt viele einfach eine Anime-Kollektion oder so. Auch so ein bisschen um die Ecke denken und so weiter. Aber auch sowas ist halt nicht schlecht. Ich mag's halt. Ich habe jetzt hier eine Starcoin in Welt 4.3 vergessen. Aber... Dadurch, dass ich ein bisschen unsicher war, wo sie genau ist und ich jetzt nicht die ganze Zeit suchen möchte, werde ich einfach das nachschauen. Und das werde ich generell, glaube ich, öfter so handhaben. Ich werde es versuchen zu first tryen und das, was ich halt nicht auf Anhieb finde, werde ich halt nochmal im Nachhinein nachschauen. Crescent, ich habe währenddessen die ganze Zeit einen Speedrun von Mario offen. Ja, ich weiß. Aber so einer bin ich nicht. Ja, ich schon. Aber er hat das halt. Deswegen weiß er auch immer, wo die Starcoins und so weiter ist. Und die ganzen Sieger Exits. Und die Sieger Exits. Oh, ich bin jetzt wieder reingegangen. Scheiße. Deshalb, wenn ich merke, ich habe irgendein... Deshalb, ich gucke erstmal die ganze Zeit nebenbei. Ich lasse immer nebenbei laufen. Wenn ich merke, oh, ich habe irgendwas vergessen, dann jo. Deshalb bleibe ich hier nur wieder irgendwo ein Level stehen, falls ihr euch wundert. Alter, richtig eklig der Typ, Mann. Ja, richtig. Richtig eklig. So. Ja, schon ein gemeiner Dude. Richtig gemein bist du. Welt 4-4. Welt 4-4 bist du gerade? Mhm. Ich bin jetzt gerade im Welt 4-Turm. Ach, mit den Wigglern. Warte mal, habe ich hier irgendwo eine Sternenmünze vergessen? Weil du meintest, du hast am Anfang irgendwie eine Sternenmünze vergessen. Ja. Oh, Lava, okay. Ja, deshalb habe ich sie verpasst. Ich habe nur versucht, so schnell nach oben zu kommen, weil ich hätte irgendwo abbiegen müssen. Ja, habe ich mir schon was gedacht. Ich glaube, hier muss man hin, oder? Könnte ich mir vorstellen. Nein. Nee. Wiggl, lass mich hoch. Scheiß drauf. Ich bin tot. Ich muss halt jetzt schauen, wo ist hier irgendwo eine Sternenmünze? Irgendwo muss sie halt sein. Pasi hat hier die irgendwo vergessen. Ja, ich habe die aber auch ohne das Video gefunden, also alles safe. Ich bin halt, wie gesagt, ich hätte abbiegen müssen. Habe ich ja noch nicht gemacht, weil ich vor der Lava geflüchtet bin. Ja, die Frage ist, ob ich hier abbiegen muss. Oh, okay, ich bin gestorben. Das ist ja super schwer, also nicht super schwer, aber es ist halt zu finden. Ich will das gar nicht. Ich will das gar nicht. Weil man hat nicht so viel Zeit, weißt du? Ja, das ist halt die Sache. Man ist halt so bestressed und man weiß nicht, welchen Weg. Dann gibt es da zwei Wege und... Ja, aber ich wusste dann halt relativ schnell, welcher Weg das ist, weil das ist der einzige Weg, von dem ich nicht abgegangen bin. Okay. Ich glaube es... Ich weiß auch, welcher Weg es sein könnte, aber es ist halt nur eine Spekulation. Mhm. Deswegen versuche ich da jetzt gleich noch was zu try an und es irgendwie im First-Try zu schaffen, aber mal gucken. Also jetzt ist es nicht mehr der First-Try, aber ihr wisst, was ich meine. Ja, schon klar. Alle Sterne sind halt zu finden. Man weiß halt auch nicht, auf welcher Seite der Zäune man sein muss. Das ist halt auch noch die Sache. Ja, genau. Das habe ich auch nicht direkt beim ersten Mal geschafft. Ich bin dann auch einmal gestorben, dann habe ich es bekommen. Oh. Hier ist eine Orangku. Okay. Ach da. Wieso ist die Lava so schnell hintergekommen, obwohl ich so... Ja, keine Ahnung. Das ist total merkwürdig, ne? Ich glaube, die portelt sich so ein bisschen, also wenn man merkt... Oh, nein, nein, ich bin... Nein, 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 nein. Okay, ich weiß, wo die Sterne uns ist. Jetzt weiß ich's. Ja. Weißt du auf welche Seite? Ja, links und hinten halt. Ja. Aber ich habe mich halt von Anfang an direkt auf die andere Seite gepackt, weil ich wusste, dass es wahrscheinlich so sein wird. Ja, ist halt Mario, ne? Ja, aber... Boah. Äh, aber... Ich habe es halt am Ende beim zweiten Mal jetzt nicht gemacht, weil ich mir dachte... Ja, ich kann den Panzer bekommen! Vielleicht habe ich dann noch die Möglichkeit, vor allem, wenn ich jetzt ein bisschen durchspeede, aber... Ja, die Lava ist anscheinend wirklich einfach schneller hinterher gekommen, nachdem man zu schnell war. Wahrscheinlich macht die das halt wirklich... Wieso macht der Koopa das jetzt jedes Mal? Der Knochen trocken. Was? Ich... springe auf die Plattform und er dreht sich einfach wieder um. Was? Nein, nein, nein! Da geht sein Weg nicht zu Ende. Oh, nein! Ich hatte gerade den blauen Panzer, jetzt habe ich ihn wieder verloren! Okay. Was zur Hölle, wie komme ich denn da ein? Was? Achso, ne, okay, ich habe es geschafft. Mann, die dritte Sterne zu diesem Level hat mich gerade ein bisschen... Na, egal. Ich habe es geschafft. Welt 4-4? Was hat noch nicht betut? Meinst du Welt 4-4 oder was meint das? Ja, Welt 4-4. Ach, ich bin gestorben leider. Okay, gut. Ich weiß jetzt, wo die Sternmünze ist. Ich weiß, welche Richtung. Ich weiß, welche Seite. Jetzt darf ich nur keinen Fehler machen. Die Sache ist, wenn ich mich umdrehe, springe ich meistens, anstatt mich umzudrehen. Mann, jetzt habe ich einen Stern geholt. Scheiße, ich will doch gar keinen Stern haben. Okay, wieso müssen wir keinen Stern haben? Ja, wenn ich mich mit dem Stern nicht... Hä, ist ja noch ein Stern. Ja, ich bin ja gestorben. Ach, die Lava. Ja, aber mit dem Stern halt nichts bringt, weißt du? Ja, okay. Einfach gerade gar nichts. Also Welt 4-4 ist doch nicht so einfach. Also ist es nicht super schwer, aber... Ich fand es schon ziemlich einfach. Ja, okay. Tut mir leid, Mann. Ja. Die Lava ist halt ein bisschen mehr. Ah, ich bin schon wieder gestorben gegen den Wiggler. Dummer Wiggler. Ein Fehler und der wird halt direkt bestraft. Das ist also die Sache in solchen Leveln. Stimmt wohl. Aber ja, die Schwierigkeit ist jetzt nicht übertrieben. Hm. Da hast du wohl recht. Oh. Da fällt mir gerade ein. Was denn? Ich habe nur noch ein einziges Leben. Ich denke... Ach, ich kann nicht direkt zur Karte muss. Oh, bitte. Game over, go! Ich frag mir jetzt bitte, dass du irgendwie stirbst. Nein. Jetzt gerade bin ich nicht am sterben. Okay, schade. Nein, bitte. Ich muss halt jetzt nur noch aufpassen. Okay. Oder ich sammle jetzt einfach nochmal eben... Hä, wie bin ich jetzt? Ich hasse es einfach, diese Mechanik an dem Zaun zu sein, weil ich meistens da faile und den falschen Knopf drücke. Wenn ich es schaffe, ein paar Münzen zu bekommen, könnte ich tatsächlich sogar noch ein Leben bekommen, weil ich habe 96 Münzen. Mir fehlen halt nur ein paar Münzen, dann kriege ich noch ein Leben. Du hast 96 Sternmünzen? Was? Nein! Ich habe 96 Münzen! Hä? 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 Das wäre jetzt ein bisschen hart, ne? Ja, das wäre ein bisschen schwer. Okay, gut. Ich habe jetzt auch noch... Jetzt habe ich zwei Leben. Das ist schon mal ganz gut. Schön für dich. Danke. So komm, ich muss jetzt hier ein bisschen durchspeeden. Ich hoffe mal, dass die Lava jetzt nicht wirklich diese Eigenschaft hat, dass sie einfach viel schneller kommt, wenn man zu weit weg ist von der. Okay, ich habe das Level geschafft, habe drei Sternmünzen und habe den Panzer. Ich gehe zurück und versuche diesen Secret Exit zu holen. Okay. Ja, also ich gehe jetzt in Welt, ähm, Welt 1. Okay, da ist die Lava wieder. Okay, hier. Alter, ist das super fies gemacht. Ich hoffe so sehr, dass ich es erschaffe, ne? Ich hasse dieses Level. Ich habe das... Ich habe das schon richtig oft verkackt. Bei diesem dummen Turm. Okay, ich habe immerhin die Halbzeit. Äh... Ja, welcher Turm? Ja, der Turm in Welt 1. Welt 1? Ja, ich bin doch schon richtig oft mit dem Panzer da hingegangen. Ach ja, 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 ja. Habe ich das überhaupt mit dem Panzer gemacht? Ich weiß es gerade gar nicht. Dann können wir ganz kurz Pause machen, wir haben jetzt geschält. Okay, bis gleich. Tschüss. Okay, gut, jetzt geht es weiter. Hi, ich musste ganz kurz Pause machen. Weil... Bei mir hat es geschält, mein Vater ist nach Hause gekommen. Ich habe mich zugeöffnet. Was ist jetzt bitte? Bei dir hat es geschält? Ja. Die Klingel. Ja, sagt man das so bei euch? Ja. Bei dir hat es geschält? Ja. Das hört sich super komisch an. Ja, bei mir hat es geschält. Und bei dir? Ja, bei mir hat es geschält. Das sagt man halt so. Und, ähm... Ja, mein Vater ist halt jetzt nach Hause gekommen. Ah, okay. Aber es hört sich halt echt komisch an. Keine Ahnung. Also, das kenne ich halt einfach nur nicht. Okay. Ja, ich habe mich jetzt halt nur die Tür geöffnet, deshalb mussten wir ganz gut auf Hause machen. Es kam so richtig... Out of nowhere. Ja, ja. Upsa, Upsa, nein, nein, nein. Okay. Ich mache jetzt gerade Bowser Jr. jetzt easy fertig. Boom, 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 boom. Easy. War ja richtig einfach. Er braucht dann bitte den Skill. Natürlich. Mit. Mit. Ja, kein Problem. Ich bin gerade im Vierturm fertig. Im Turm der vierten Welt. Okay. Mein Nemesis. Mein Nemesis. So, du hast jetzt gerade vier vier fertig gemacht und jetzt kommt ein Geister aus bei dir, ne? Ja, ich sehe es gerade auch. Nein, ich bin gerade wieder in Welt 1 Turm. Aha, ich dachte gerade, du machst vier Geister aus. Nein, ich bin in Welt 1 Turm. Okay, weil du meintest von Nemesis und ja gut, das ist eben auch sinnvoll. Nein, 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 nein. Komm, mir ist alles, mein Nemesis. Alles. Das ganze Spiel. Spiel ist mein Nemesis, okay. Richtig. Alter, sind die Wiggler komisch, wenn sie rot sind. Ja, die sind sehr merkwürdig aus. Wiggl, 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 wiggl. Ich mache jetzt einfach mal zack. Nein, ich hasse dieses Lied auch, aber weil viele Leute haben diesen Witt schon gebracht mit Wiggler und egal. Wer ist das so beliebt? Ja. Okay. Was ist beliebt, aber ich habe ihn schon mehrmals gehört, diesen Witt in Anführungszeichen. der halt eigentlich nicht witzig ist, aber... Egal, scheiß drauf, komm. Ich habe den... Ich habe den Zero Exit endlich in den Turm geschafft. Hast du? Ja, habe ich. Krass. Endlich. Endlich. Mein Name hat ja nur 13 Parts gebraucht. Yeah. Parade. Easy. So, dann muss ich hier noch durchrun... Alter, ist das Level auch einfach, das Wiggler Level. Okay. Das Wiggler Level ist schon ziemlich einfach. Was? Tonne? Okay. Hallo Leute. Parsis Vater ist gerade in seinem Zimmer. Und er spielt glaube ich hoffentlich gerade weiter. Ja, tue ich keine Angst. Wir sind gerade sehr professionell und ich komme hier einfach währenddessen weiter. So, easy die... Ach, ich bekomme es einfach nicht hin, hier oben zu bleiben. Ster... Wieso schaffe ich das nicht? Ich schaffe es nicht, voll abzuspringen. Kann ich hier einfach so drüber gehen? Nein. Wie geht das am besten? So? Nein, ich weiß nicht, wie man da am besten reinspringen kann. Zack. Aha, okay, so geht das. Okay, ich weiß jetzt, wie das geht. Okay, hi. Ich glaube, dass ich es so machen muss. Okay, hi. Hallo Leute. Hallo Barsi. Hi. Ich bekomme es gerade ernsthaft nicht hin, dieses Sprung gerade. Machst du gerade. Ich versuche gerade hier eine Starcon einzusammeln. An der... An der Ranke, aber ich bekomme es nicht hin. Ich verstehe es gerade einfach nicht. Ah, ich habe es geschafft. Okay. Ich weiß auch nicht, wieso ich das nicht hinbekommen habe. Aber egal. Muss ich hier weiter. Ah ja, okay. Hier muss ich hin. Ne, ne, ich komme gerade, wo ich hin muss. Okay. So, dann... Ich mache gerade das Geisterhaus. Du machst das Geisterhaus jetzt? Jetzt ist deine richtige Nemesis da. Also, ich mache nochmal in Welt 3. Ich mache in Welt 3 das Geisterhaus. Jetzt ist deine richtige Nemesis da. Meine richtige Nemesis? Ja. Okay. Keine Ahnung. Ich weiß ja nicht, was... Lass mich doch einfach reden, Mann. Lass die Leute reden. Heißt das meine richtige Nemesis? Was habe ich gesagt? Meine. Äh, mein... Ja, natürlich. Das habe ich gefragt. Ja, ja, okay. Du hast recht. Alles gut. Du hast recht. Du... Manchmal rede ich Quatsch und... Haaaa... Und sterbe dann. Okay. Jetzt wird's tricky. Jetzt wird's tricky, sagst du? Ja, weil ich jetzt... Ich muss unbedingt meinen Panzer behalten. Oh, ich wollte gar keinen Stern haben. Ich glaube, hier meintest du das mit dem Stern. Jetzt weiß ich, was du meinst. Welchen? Ich weiß nicht, welches Level du bist. Äh, in dem Wiggler-Level. Achso, ja. Da war... Ach, hier muss man groß sein für... Ah ne, muss man nicht. Okay, alles safe. Endlich habe ich die letzte Starcoin in diesem scheiße Level geschafft. Wie kommt man an dieses Starcoin? Wieso schaffe ich das schon wieder nicht? Jetzt habe ich's geschafft. Okay. Ich habe ja nicht die ganzen Sachen nachgeholt mit dem Panzer. Warte mal, hatten wir nicht noch irgendwo ein Level, wo ein Secret Exit war mit einem Panzer? Den könnte ich jetzt auch noch machen. Könnte sein. Ich habe keine Ahnung. Warum soll ich das wissen, Mann? Pasi, überfrag mich bitte nicht. Ich dachte, du wärst gut in diesem Spiel. Ich habe mich gehört. Guter Witz. Guter Witz. Ich und gut in irgendeinem Spiel. Ich bin Present. Fuck it. LP. Richtig. Richtig. Genau das. Ja, mein Name. PresentLP. Ich mag's tatsächlich auch noch nicht mal, wenn Zuschauer... Ich weiß nicht, ich mag sie, aber ich finde es auch nicht. Warte, ist hier noch ein Secret Exit drin? Super. Wenn Leute schreiben PresentLP, wie ist das und das generell? Wir haben nebenbei noch 40 Sekunden. Das ist kein Problem, ich bin fertig. Also, ich kann jetzt auch hier stehen. Weiß was? Ich hole mir noch ein paar One-Ups. Also, Leute, wenn ihr mich PresentLP nennt, nennt mich mal bitte lieber Present. Wenn ihr mich PresentLP nennt, dann sterbt doch. Das LP im Namen... Ich kann mich nicht dazu überwinden, das LP komplett rauszunehmen, aber genauso... Present einfach nur klickt scheiße. Ja, richtig. Und genauso ist einfach Present... Also solltet ihr mich Present nennen. Das ist halt meine Rufnahme sozusagen. Geil. Ja. Nein, nein, ich meine, ich habe jetzt ganz viele Leben bekommen. Ja, ist okay. Ich bin ready, ne? Ja, okay, ich bin auch ready. Also, wir haben noch 5, 4, 3, 2, 1. Ready. Okay. Gut, dann, wenn euch das Video gefallen hat, schaut auf jeden Fall beim nächsten Mal vorbei. Lasst doch einen Daumen nach oben da und schreibt einen Kommentar. Wie gesagt, wenn es euch gefallen hat. Und schaut beim Party vorbei. Gut. Das hat nicht so ein Clickbait zu tun. Okay, gut. Dann halt Abo geil, Like geil. Ja, okay. Shared auf Twitter, Instagram. Schaut beim Party vorbei. Äh, share das bitte auch noch auf Myspace und auf äh... Myspace. Ja. Gut, bis zum nächsten Mal und tschüss. Und tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.